Wobei man bei ihm wirklich nicht weiß, ist er nun wirklich nur ein Poser oder hat er noch nicht kapiert, dass er der Loser dieser Staffel ist. Denn dieses Selbstwertgefühl muss man auch erstmal haben, dass man ohne Leistung so vom Leder zieht und zum Beispiel gegen den Sieger der letzten Staffel und den Sieger der Herzen aus der ersten Staffel so vom Leder zieht. Meine lieben Freunde, wir müssen reden und zwar über Fritz Meinecke, seinen Gottkomplex und die Tatsache, dass kurz vor ihrem Abgang und der Abholung von Trimax und Romatra die beiden wenigstens noch gezeigt haben, dass man mit dem Aufbäumen und der letzten Kraft, die man nach so vielen Tagen des Hungerns in sich hat, noch etwas bauen und basteln kann. Das war aber so das einzige Highlight der letzten Folgen und wer sich jetzt darüber aufregt, dass das Ganze so etwas wäre wie ein Spoiler, nein, das ist es nicht. Das Essen ist schon serviert, das Essen ist schon gegessen, es war nicht gut und ich sehe nicht ein, warum wir warten sollen, bis es nochmal aufgewärmt wird. Denn das Einzige, was besser wird beim Aufwärmen, ist Eintopf. Und wir können uns ja sicherlich bis dato auf ein gemeinsames Fazit einigen, dass das ganze Programm der dritten Staffel von Seven vs. Wild etwa so interessant ist, wie eine Wetterkamera im Mostviertel. Es tut sich nichts mehr. Und das aus gutem Grund. Papa Platte hat es ja gesagt, er hat jetzt keinen Bock mehr, er stellt sämtliche Aktivitäten mit Ries ein. Sie wissen, sie machen jetzt nichts mehr und gucken, dass sie die letzten Tage bis zur Abholung noch durchhalten. Energiehaushalt runterfahren bedeutet, es gibt noch weniger Content. Content. Aber immerhin haben sie bisher durchgehalten. Was man vom schlappen Lappen nicht sagen kann, Jan Lappen, der Ersatzmann, ist raus und Joey Kelly macht alleine weiter. Da kann man sich wenigstens noch drauf freuen, dass derjenige, der wirklich weiß, was es bedeutet, in der Wildnis alleine unterwegs zu sein, dass er noch drin ist und man ihm eine eigene Folge widmen kann. Das macht wenigstens Sinn. Ich dachte am Anfang schon, die würden auf die Wahnsinns-Idee kommen und dem abgehalfterten Fritz Meinecke diese Folge geben. Aber Gott sei Dank bekommt sie offensichtlich Kelly. Ja, wer ja auch raus ist, sind die Naturensöhne. Hut ab. Auch das, was sie vorher gebaut haben, war ganz nett. Das haben sie aber bisher auch zu Hause im heimischen Wald so hingekriegt. Also, an dieser Stelle ist soweit alles beim Alten. Wer jetzt hofft und glaubt, dass das Ganze noch spannender wird, ich glaube, das wird es nicht. Also widmen wir uns doch dem Gottvater der ganzen Geschichte, Fritz Meinecke. Das ist auch der Grund für dieses Video. Denn wenn man Fritz in den letzten Schätzen hat, hat man das Gefühl, man sitzt im Hochamt und da oben steht Kardinal Fritz Meinecke, der uns allen das Wort zum Sonntag flüstert. Wobei man bei ihm wirklich nicht weiß, ist er nun wirklich nur ein Poser oder hat er noch nicht kapiert, dass er der Loser dieser Staffel ist. Denn dieses Selbstwertgefühl muss man auch erstmal haben, dass man ohne Leistung so vom Leder zieht und zum Beispiel gegen den Sieger der letzten Staffel und dem Sieger der Herzen aus der ersten Staffel, die mit Survival Squad bewiesen haben, dass sie in der Lage sind, ein Programm auf die Beine zu stellen, was wirklich interessant ist. Auch wenn man da unter Umständen im Trailer ein wenig übers Ziel hinausgeschossen ist, was die 300 Kilometer angeht. Aber das ist eine andere Baustelle. Kommen wir zurück zu unserem Halbgott. Kommen wir zurück zu unserem Fritz dem Meinecke. Ja und an dieser Stelle sei jetzt eins gesagt, wir wissen ja selber, er ist der Cheater der Nation. Er bescheißt ja aus Leidenschaft und mit Überzeugung, was wir gesehen haben beim Ocean Warrior. Darüber habe ich schon mit euch gesprochen. Ich verlinke es euch hier. Da haben wir ausführlich darüber gesprochen, dass er da auch keine Schmerzgrenzen kennt. Aber es geht mir heute um was ganz anderes. Es geht mir darum, euch aufzuzeigen, gerade ihr, die eher so zu seiner unerschütterlichen Fanbase gehört, dass das, was er da tut, im Grunde genommen gar nicht so doll ist und dass man das mit einer gewissen kritischen Distanz betrachten sollte. Was man ihm zugute halten muss, ja die Idee zu diesem Format hat er gehabt, hat er verkauft und ist jetzt nur noch Teilnehmer. Schlechter Teilnehmer. Er gehört zu dem Team, was als allererstes rausgegangen ist, ohne wirkliche Not. Das hat ja nichts mit Survival zu tun gehabt. Und wenn man dann überlegt, was er auf seiner Kappe stehen hat, irgendwas von Komfortzone und Verlassen und das ist ja pli-pla-plup. Aber das ist Meinecke. Das ist Fritz, wie er leibt und lebt. Die Klappe auf und wenn es dann darauf ankommt, hat er immer eins, nämlich keinen Biss, sondern eine Ausrede. Und die besten Sprüche kamen ja immer dann, wenn es gegen andere ging. In der ersten Staffel, die er ja dann noch gewonnen hat, war aber eins klar, derjenige, der vom Format her die Herzen gewonnen hat, war Fabio, der gesagt hat, ein Messer reicht mir, ich brauche nicht mehr. Hätte der gute Fritz das gewusst, dass er den harten memt und der andere deutlich besser performt, auch wenn er dann vorher rausgehen muss. Fabio hat gezeigt, wo der Hammer hängt und war der Held der ersten Staffel. Die zweite Staffel, da wo er auch am Jammern war und was erzählt hat von, man muss jetzt hier hart und stark sein, wurde von Otto an die Wand gespielt, dass es eine wahre Freude war und man hatte den Eindruck, Otto schwitzt noch nicht einmal. Ja und was war die Konsequenz? Weder Fabio noch Otto wurden bei künftigen Formaten berücksichtigt. Nein, halb Gott, Fritz der Meinecke möchte niemanden neben sich haben, der auch nur ansatzweise sein Format hat. Also holt man sich lieber irgendwelche Streamer dazu wie Knossi, die offensichtlich von der eigentlichen Disziplin, worum es gehen sollte, keine Ahnung hat. Ja, aber auch das erwies sich als halb gar und ganz wenig durchdacht. Denn auch wenn Fritz geglaubt hat, er hätte Knossi unter Kontrolle, Knossi ist eben ein Entertainer. Und das bedeutet, und das hat man dann gesehen, der dann geschasste Andreas Kieling kam zu dem Team dazu, wusste nicht, wer Fritz Meinecke ist, hatte keinen Namen. Die Aufnahmen solltet ihr mal sehen, als er die Augen gerollt hat. Und Kieling hat geglaubt, dass Knossi das Sagen hat. Wen wundert es dann, dass Meinecke vom Leder zieht in seinem Stream und kein gutes Haar an Kieling lässt, wo der es doch gewagt hat, ihm, dem Gottvater dieses Formates, ans Bein zu pinkeln. Ja, und das passt alles in die Charakteristika von Meinecke, der seit Jahren glaubt, dass er der Maßstab ist. Dabei verkommt er mehr und mehr zu einer Fußnote in dem Ganzen, weil es kommen Jüngere, es kommen Interessantere, es kommen vor allen Dingen charakterstärkere Personen, die hier das Feld langsam übernehmen. An der Stelle, so zum Abschluss, noch der Punkt. Fritz hat die Haftung nicht wirklich verloren, er hat sie nie gehabt. Schaut mal, mit welcher Arroganz er zum Teil hier über seine Kritiker spricht. Das interessiert mich nicht, was jemand mir sagt. Jemand, der so mit Kritik umgeht, ob sie profund ist oder nicht, der aber zu allem seinen Senf dazugibt, der erfüllt alle Kriterien für den Gottkomplex. Und ja, zugegeben, der Gottkomplex ist keine psychologische Diagnose. Es ist im DSM nicht erwähnt. Und auch damit nicht in Abstufung. Das heißt, es ist noch eine Stufe bis zum Narzissmus, der ja diagnostizierbar ist. Schlimm genug, wenn jemand die Realität in der Art und Weise verweigert, wie der Meinecke das tut. Denn die Möglichkeit, ein Irrtum oder ein Versagen zuzulassen oder zuzugeben oder angesichts unwiderlegbarer Beweise einfach Verantwortung zu übernehmen, das tut er ja nicht. Bei ihm ist jetzt auf einmal, nachdem die dritte Staffel so in die Hose gegangen ist, ist es nur die Orga-Schuld. Keine Schuld bei ihm. Dass er aber die dicken Backen gemacht hat. Dass er aber immer noch so tut, als wenn er das Sagen hätte und jetzt schon fabuliert, wie eine vierte Staffel aussehen könnte, nachdem die dritte schon so gegen die Wand gefahren wurde. Entweder übernehme ich die Verantwortung und sage, Mia Kulpa, wenn es eine vierte gibt, dann werde ich schauen, dass ich mich entweder raushalte oder mehr einbringe, aber gehe nicht zwei Schritte zurück und tue so, als wenn ich nichts damit zu tun hätte. Im Gegenteil, ich bin der Erste, der mir Dreck schmeißt und damit das ganze Projekt in Misskredit bringe. Nur damit mir nichts passiert, stelle ich andere in den Vordergrund. Das ist billig, aber das ist Meinecke. Und das war er schon von Beginn an. Schaut mal seine Haltung, als man ihn zu den 60.000 verurteilt hat, weil er dieses unzulässige Straßenrennen gefahren hat und er die Polizisten widerrichtig gefilmt hat und es ins Internet gestellt hat. Da fing er an, klein und laut fast zu wimmern, ja, er habe doch gar kein Rennen gefahren. Er wollte doch eigentlich nur abbiegen und Tesla sei ihm nur in den Weg gefahren. Keine Eier, kein Rückgrat, keine Gratledigkeit. Nein, du taugst nicht zum Helden. Du taugst nicht zum Idol und auch nicht zum Vorbild, was schade ist, weil der größte Teil deiner Zuseher, die wohnen noch zu Hause im Kinderzimmer. Das heißt, man muss dir wahrscheinlich den Weg zur Wasserstelle mit Y-Food-Flaschen abstecken, mein lieber Meinecke, damit du in Zukunft wieder erfolgreicher wirst und dich nicht verläufst auf deinem Weg zu den nächsten Formaten. Ich drücke dir die Daumen, dass du vielleicht den Schuss dann irgendwann hörst. Und wenn es nur der ist, aus der nächsten Staffel von Survival Squad. In diesem Sinne, komm gut durch den Winter. Ciao. Ciao. Das war's.